Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, wir schauen uns Juri an, aber ganz kurz, wartet mal. Und in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt, findet ihr natürlich meine Adresse, also was heißt Adresse, mein Postfach. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal mir was an das Postfach senden, falls ihr Interesse habt. Also, wenn jemand natürlich fragt, fragt was, also im Grunde könnt ihr eigentlich alles außer Tüte voller Scheiße, die könnt ihr selbst mal halten. Zumindest folgendermaßen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr drauf senden, falls jemand fragt, ja worauf stehst du. Außer auf Kachpas stehe ich natürlich sowas wie, was weiß ich, Musik, Filme, Spiele, Manga, Animes und sowas. Also eigentlich rund fast alles. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch ganz normal einen Brief schreiben, es wäre cool. Ansonsten, was gibt es heute? Also, wir schauen uns natürlich Juri an, wir schauen uns Kollegen an und ein Bruder hat mich schon öfters mal gefragt, ey Dicker, kannst du was schauen? Und zwar Armin, ja. Das heißt, aber Armin und Kollegen mache ich als Doppelpack, ja. Das heißt, es wird ein Video sein, wo wir beides anschauen. Da ich von YouTube eh kein Geld bekomme und meine Videos eh alle geclaimt sind, ist das eh scheißegal, ob ich die einzeln hochlade oder zusammen. Deswegen, äh, fuck off. Was mir aber gerade eingefallen ist, und zwar, ähm, ich war so ein bisschen unterwegs, einfach um meinen Kopf so ein bisschen zu befreien, weil mir heute beschissen ging. Und mir wurde auf dem Handy angezeigt, Juri hat neuen Track rausgehauen. Und, äh, der Track war halbe Stunde alt, sag ich mal so, und hatte schon 120.000 Aufrufe. Jetzt ist mittlerweile fünf Stunden her, etwa. Und, der hat gerade 149.000 Aufrufe. Wie kann man das mir erklären? Also, das würde ich gerne wissen, wie das funktioniert, ja. Also, nach fünf Stunden und gerade mal 20.000 generiert. Es ist ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich will den Jungs nichts vorwerfen. Das ist einfach so, was mir gerade auffällt. Ansonsten, ansonsten, lasst uns mal reinkloppen. BBM. Da macht der junge Mann so ein bisschen, äh, auf. Ich besitze einen eigenen Hubschrauber. Okay. Uh. Mein Ruski Bratan haut ja eins auf die Kacke. Ich finde gut, bei Juri Stimme schon krass aggressiv. Was mir auch richtig gefällt, muss ich sagen. 90 Prozent Putus und Schivatus. Da, da, da. Ja, la, mein Leben ist wie gut, wo ich muss hier la go. BBM ist die Gang, Bratan. Wir sind Family, Klein, Bratan. Kriminell an der Sepplatt, der Käppler, sein Cousin, die mehr kennen, Bratan. Wir wieder auf Arge. Minimum Versace. Was sagt der? Nie wieder auf Arge? Äh, der meint, Arge ist doch, ist das nicht hier so ein, ähm, ist das nicht so eine Hilfsorganisation oder so? Arge? Oder Arche? Ich weiß, es gibt eine Arche, ja. Da kriegt man was zu futtern. Was ist denn nochmal eine Arge? Ach, scheiß drauf, ich will das nicht googeln, ja. Sonst ziehe ich das alles wieder unnötig in die Länge. Aber ihr könnt mir mal schreiben, was war nochmal Arge? Scheiß drauf. Habt ihr gerade gehört? Es gab, äh, keinen richtigen Übergang, sondern der hat Part-of-Part gerappt, so gesehen, ja. Was einerseits das sehr sympathisch macht, weil der Track dann einfach keine Pause hat. Man kann einfach den Track durch, ich sag mal, durch die Länge, durch die Länge, durchhören, so gesehen, ja. Aber einerseits will ich mal wirklich das Ding live hören, weil live wird das schwer, Part-of-Part, wenn die auch übereinander liegen. Aber es hört sich einfach dermaßen brutal gerade an. Ich drück das Paket, doch mein Advokat holt mich da raus für ein 50er-J. Anthony Joshua Klischke aus Stiel? Deutsch-Rappers talken mein Insta-Profil? Neither haben zwischen uns Feuer gelegt? Das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Bei mir wird derzeit auf allen möglichen, ich sag mal, Kommunikationswegen mir geschrieben. Egal jetzt, ob das jetzt, ähm, ähm, über E-Mails, äh, über, was hab ich da alles, Facebook und, und, und. Egal worüber, mir wird einfach geschrieben, ey Bruder, schau dir das mal an, Bruder, schau dir das mal an. Und ich muss ehrlich euch allen sagen, ich kann derzeit einfach nicht alles schauen, das geht nicht. Ich habe allein für die deutsche Liste, also für die, für die deutsche Community, habe ich eine Liste von etwa 4.000 Songs, Alter, von unterschiedlichen Kategorien. Und da, da zähle ich noch nicht mal die Russen, nicht Polen und sowas dazu. Da kommt auch noch drauf. Deswegen ist es ziemlich für mich schwer, alles zu schauen. Und ich weiß, viele von euch sind irgendwo ein bisschen angepisst, weil sie mir öfters mal schreiben. Aber, ähm, meine lieben Brüder und Schwestern da draußen, geht einfach nicht. Ich versuche erstmal die Neuesten so gesehen abzuarbeiten und dann auf die anderen so zuzugreifen. Das ist einfach crazy, Alter. Wechsel nicht, Team, über 10 Jahre Loyalität! Dieser Hook, dieser Hook hört sich unnormal krass nach Sunny an. Unnormal krass nach Sunny. Weil Sunny hat immer solche Hooks, die so einen Übergang haben. So einen Pre-Hook quasi, ja. Unnormal. Ich muss sagen, die Hook ballert. Also wirklich, allein schon dieser Beat. Dieser Hook mit der Stimme von Yuri, er ballert einfach dermaßen. Ich glaube, euch Yuri wird auf jeden Fall mal was, wenn er sich weiter anstrengt und die vernünftigen Texte schreibt. Aber ich glaube, da er sehr gut auch mit Sunny befreundet sind und die beiden auch definitiv sich gegenseitig helfen, ja. Ich glaube, das wird auch so eine Kombination sein wie Kollegah und Farid Bang. Würde ich jetzt sagen. Dicke, aber dieser S von der Bitch, man. Leck mich an meinen Tigger. So breche die Beine vom Amca. Mein Täterprofil ist mit Laden und Sammler. Blauer Haken auf der Artist-Page. Trinke Elvin, Jock, ein Chardonnay. Auf den Nacken mache ich Namen Fame. Größter Hurensohn ist Marvin Gaye. Das sind zwei Halbmunde, haben sich getroffen, Alter. Und haben einen Arsch gebildet, Dicke. Aber es geht hier ab, Mann. Achis jagen lila Geld. BBM ist Medien-Kartell. Halle Motors, ein Prozenter. Ja, Salaman Gießen. Hier sagt man, Schatomi Bratella. Fick dein Mettbrötchen-Toss mit Nutella. Flow ist zu Bella. Kodex ist hellal. Mach mit meinem Bratter Millionen im Keller. Wo haben die diese Tossi aufgegabelt, Alter? Die ist... Die ist schon heftig, Mann. Guckt ihr mal deren Ass an. Guckt ihr... Meine lieben Brüder und Schwester, aber guckt euch mal diesen Ass, Dicke, an. Das ist... Meine Fresse. Als hätte der Arzt hier zwei Melonen in den Arsch reingeschoben. Dicke, meine Laune wird wirklich besser. Eite, tschisch, Mannakum. Ich will in deinen Mund pissen, Katja Krasavice. Katja Krasavice. Bruder, ich küsse deine Augen. Ich schwöre. Geile Line, wirklich. So musst du die Kachpavice, ja? In der Mitte einfach halbieren. Also ich muss wirklich sagen, die Hookball hat mich gerade dermaßen weg. Also ich denke, Track gönne ich mir auf jeden Fall. Der junge Mann hat es doch verdient. Man sieht, dass er sich hier wirklich Mühe gegeben hat. Auf jeden Fall gleich auf Spotify gönne ich mir den Scheiß. Bratans aus Savelas. Holt euch natürlich die Scheiße. Ja, wird unten bei mir auf jeden Fall auch verlinkt. Da könnt ihr euch das Ding auch mal bestellen, falls ihr Bock habt. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Burnertrack, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.